Was, sorry? Was, was understand you not, Luis? Well, it's very easy. It's very simple. The next time, when the Postler hits your car, you hit it back. They ram him. What? Ram him. Give him a damage in the right and push it. Push that shit Williams out of the race. No problem. Okay? Gut, also Roger, get out of the car in 3. You have 3 now. No problem. Ja, papa, 4. Ein Vogel. Was haben Sie hier im Heimitt mit erklärt? Was haben Sie gesagt? Haben Sie geschweckt haben. Dass er mir Gas geben muss. Lass dich von den Rotzpippen von den Postlern da raushauen. Man ist eh noch Dritter geworden. War natürlich ein völliger Wahnsinn. Der Rotzberg ist das zweite Mal geworden und der Emilton als Dritter. Nichts mehr eben. Ich hab ja eh nichts mitgekriegt von dem depperten Rennen da. Sie waren beim Scheich? Nicht beim Scheich. Wir sind da oben in so einer Dings, in so einer Los geschessen. Wir sind maskiert wie die Idioten. Was kiert? Naja, so ein Ding. So ein Leintüchel haben wir an. Das ist Tradition und Brauchtum. Jetzt haben wir auch so einen Kapp dann auch aufgesetzt. Völliger Wahnsinn. Mit der Kappe. Natürlich nicht mit der Kappe. So einen Gummiringerler haben wir hier rum gehabt auf dem weißen Leintüchel. Da haben wir eine Wasserpfeife nach der anderen rauchen müssen. Jetzt hat der Oma schon geraucht. Ich glaube ich stehe hinter dem Ferrari vom Vettel. Völliger Wahnsinn. Das war natürlich eine riesen Hütze. Weil der Kerl hat sich in der Installation Lab mit dem Ferrari Murl zerrissen. Von dem italienischen Jauchenschöpfer. Schauen Sie auf die Straße. Ja, dann Lothar und ich haben gelacht. Wir haben uns die Hosen angemacht. Angelodelt vor Lothar lachen. Da hat der Scheich hat Mitleid gehabt mit dem Vettel. Und hat gesagt, er schenkt ihm einen von seinen Ferrari. Sie hat eh über 100. Jetzt sag ich, du bist mit uns so lustig. Er tustiere raus. Der Postler hat den Mercedes vom Hamilton damaged. Und hat gesagt, er schenkt ihm vielleicht einen persischen Golf. Dann hab ich gesagt, gescheich dich. Den persischen Golf kannst du zerkassen. Der ist völliger Schwach. Der ist einfach überhaupt nimmer. So, bleib ich da stehen bei Muslulu. Ende.